Run an den Ball. Ob Dropkick, Tackle oder Conversion. Alles Begriffe, mit denen nicht alle Menschen gleich etwas assoziieren können. Das soll sich jetzt ändern. Passend zur Rugby-Weltmeisterschaft, die gerade in Japan ausgetragen wird, lud der Berliner Rugby-Verband zum großen Infotag in die Spandau-Arkaden. Einen ganzen Tag lang konnten sich Besucher informieren, sich ausprobieren und Fragen über die Sportart stellen, die in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist wie in anderen Teilen der Welt. Mit den Werten, die Rugby hat, denken wir schon, dass Rugby es verdient hat, mehr Aufmerksamkeit in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Berlin zu bekommen. Du hast einfach so viele charakteristische Eigenschaften, die nicht nur wichtig sind für Rugby, sondern generell auch, wenn du einfach auf die Straße gehst. Teamgeist, Fairness, Respekt sind zentrale Werte, die im Rugby wirklich auch gelebt werden. Mit dabei waren viele, die Rang und Namen in der Berliner Rugby-Szene haben. Ingo Gösken, Präsident des RK03, Autor Jan Treuholz, Ralf Iwan, der Geschäftsführer des Berliner Rugby-Verbandes sowie Spieler und Trainer des SC Siemens-Stadt. Alle verbinden eines, ihre Liebe zu dem Sport. Rugby bedeutet für mich im größten Teil Teamsport. Das Hobby ist Leidenschaft und es verdient wirklich auch die Courage, das Selbstvertrauen und auch generell einfach dieses Teamgefühl. Wie eine Familie in einem Club. Parallel konnten interessierte Besucher das zweite Viertelfinalspiel der Rugby-WM, in dem Neuseeland mit 46 zu 14 klar über Irland siegte, live verfolgen. Und jeder, der sich danach selbst einmal im Rugby ausprobieren wollte, konnte sein Glück an der Passwand versuchen. Der Berliner Rugby-Verband erhofft sich so, besonders Kinder im jungen Alter an den Sport heranzuführen, denn die Jugendarbeit wird im Verband ganz groß geschrieben. Wir werden den Fokus ganz stark auf einerseits das Schulrugby legen, das heißt also auf die Lehrerfortbildung, auf den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Schulen. Über die Vereine begeistern für diese Sportart, denn man kann ja Rugby schon relativ früh starten, mit sechs, sieben Jahren. Um die Jahrtausendwende hatten wir deutsche Meisterschaften mit der Jugend gehabt und das ist eigentlich das Ziel, dass wir da wieder hinkommen. Zur Demonstration absolvierte der Trainer des SC Siemens Stadt, Markus Müller, mit einigen Spielern aus unterschiedlichen Altersklassen des Vereins noch eine Trainingseinheit mitten im Center. Und wer jetzt Lust auf Rugby bekommen hat, den hält nichts mehr auf. Einfach die Trainingstasche packen. Einfach mitspielen. Wirklich einfach Spaß haben, mit den Leuten reden. Einfach mal zum kostenlosen Probetraining hingehen. Das bieten die meisten Vereine an. Und du wirst als Anfängerin genauso integriert in eine Rugby-Mannschaft, als wenn du von woanders herkommst und schon Rugby spielst. So einfach geht's und hoffentlich kann der Berliner Rugby-Verband den ein oder anderen Besucher ganz bald in einem der neun Berliner Rugby-Vereine begrüßen. So, dann synchronise ich das. So, dann sammeln. So, dann processen wir den